In diesem Sinne eine Erleuchtung für die Menschheit. Und das meint er ja, dass letztendlich dieses Aufwachen auf die ganze Menschheit bezogen werden soll. Er fühlt sich ja auch dann als Prophet quasi, er sagt, Katastrophen kommen, riesige Kriege, es stimmte ja alles. Der Indienismus wird sich fortführen, aber irgendwann wird die Menschheit begreifen, dass sie ein Ganzes ist. Und dann wird sie begreifen, was zu tun wäre. Philosophische Gespräche mit Jochen Kirchhoff, Episode 21. Was wollte Nietzsche? Lieber Jochen, du hast vor einigen Jahren ein Essay über Nietzsche mit folgenden Sätzen eingeleitet. Wenige Denker nur üben eine so ungebrochene Faszination auf die sogenannte Nachwelt aus wie Friedrich Nietzsche. Der Philosoph mit dem Hammer, der Wagner-Freund und Gegner, der Sprachvirtuose, der Einsiedler von Silz Maria, der Extremist und Experimentator des Geistes, der schließlich im Januar 1889 in Turin zusammenbricht und weinend ein Pferd umarmt. Der ein schauriges Schicksal erleidet, hineingetrieben oder gerissen in den Wahnsinn, von wem und wodurch. Nietzsche ist immer eine Herausforderung. Wer sich auf ihn einlässt, kommt nicht ungeschoren davon. Nur wer sich der Glut seines Denkens wirklich öffnet, und das geht nicht ab, ohne sich auch verwunden zu lassen, hat etwas davon, um es alltagssprachlich zu fassen. Das bedeutet keineswegs, dass man ihm zustimmen muss, ob nun partiell oder in Gänze, aber Blessuren erleidet jeder bei intensiver und mitsinniger Lektüre. Martin Heidegger sagte einmal, Nietzsche habe ihn ruiniert. Das sollte man ernst nehmen. Es muss nicht der Ruin sein, aber es geschieht etwas, wenn man sich nicht gleich die jeweils eigene Ideologie dagegen in Stellung bringt, als Rüstung sozusagen, um die Pfeile Nietzsches nicht erleiden zu müssen, die es immer gibt neben den Beglückungen und Ekstasen im einsamen Schmökern. Wir wollen uns heute Nietzsche in sieben Punkten nähern, die zugleich zentrale Aspekte seines Denkens berühren. Und zwar zuerst das, was er wahrnimmt von der modernen Seele und dem Zustand der modernen Seele und als Wille zum Nichts oder Nihilismus beschreibt. Das, was er meint, wenn er sagt Umwertung aller Werte als sein Programm, sein philosophisches. Nietzsches Menschenbild, worum geht es beim Übermenschen. Die Frage nach dem Willen zur Macht als zugrunde liegendes Erklärungsprinzip. Die Frage nach der ewigen Wiederkunft, was damit gemeint ist. Diesen Gedanken wollen wir würdigen und vielleicht auch kritisieren. Den Zarathustra-Impuls vom August 1881. Hier taucht Nietzsche für sich selbst vielleicht auch als eine Art Prophet auf oder sogar als Heilsbringer. Und schließlich die Wirkung Nietzsches, ausgehend von deinem Buch, Nietzsche, Hitler und die Deutschen, das du nicht umsonst so genannt hast und diese drei Personen und Personengruppen dort so herausgehoben hast, in deiner Betrachtung auch des Dritten Reichs. Zunächst möchte ich dich fragen, wie kamst du zu Nietzsche und was bedeutet er dir? Warum beschäftigst du dich mit ihm? Ja, Nietzsche beschäftigt mich eigentlich seit meinem 18. Lebensjahr. Ich kann das genau zurückdatieren ins Jahr 1962. Da war ich 18 Jahre alt. Ein Klassenkamerad hat Lars die Götzendärmerung und zitierte daraus. Und dann habe ich mir irgendwann den Zarathustra gekauft, kurz vor dem Abitur, und war mit ihm dann auf Reisen, meine erste größere Reise alleine, wie man das so hat, war in Paris und da habe ich in Paris zum ersten Mal den, also Sprach Zarathustra gelesen. Das hat mich sehr beeindruckt. Und ich fing dann an, systematisch Nietzsche zu lesen. Nietzsche zu lesen, alles, was ich erreichen konnte, habe ich gelesen. Und war eigentlich begeistert, nicht Nietzscheanisch begeistert. Also auch der 18-Jährige war kein Nietzscheaner. Ich habe sehr wohl auch gesehen, dass manches, sagen wir mal, ambivalent ist und dass man dem gar nicht so zustimmen kann. Aber ich habe mich da intensiv mit beschäftigt. Nietzsche wurde mir zu einer Art Freund, sage ich mal. Und das ist ja über all diese Jahre und Jahrzehnte ja mittlerweile auch immer geblieben. Nietzsche war für mich immer auch ein Freund. Ein Freund, über den ich mich oft geärgert habe, den ich auch geliebt habe und den ich um Rat gefragt habe. Und das war immer auch ein schwieriges Verhältnis. Aber Nietzsche hat mich immer beschäftigt. Es gab Jahre, wo ich kaum Nietzsche gelesen habe. Da habe ich wieder intensivst Nietzsche gelesen. Dann habe ich dieses Buch, was du erwähnt hast, Nietzsche, Hitler und die Deutschen geschrieben. Und weil ich da dieser Frage nachgehen wollte, die mich doch gequält hat. Was ist denn nun mit dieser ominösen These, dass Nietzsche irgendwie was zu tun haben könnte mit Hitler oder dem Nationalsozialismus? Dem wollte ich auf den Grund gehen. Und die Nietzsche war immer für mich primär eigentlich der Aphoristiker. Ich liebte es auf einsamen Spaziergängen, einfach ein Nietzsche-Buch aufzuschlagen und einen Aphorismus oder zwei, drei Aphorismen einfach zu lesen und es auf mich wirken zu lassen. Das mache ich auch heute noch immer wieder. Weil mir war klar, Nietzsche ist in dem Sinne kein systematischer Philosoph wie andere Philosophen. Ja, ein einziger Aphorismus oft kann ein ganzes Themenfeld so bündeln, so fasziniert, unglaublich. Manchmal ist es auch so, dass man als, muss ich noch sagen, als Nietzsche, als der auch über Nietzsche schreibt, wirklich bemüht sein muss, dass die eigene Prosa nicht zu sehr abfällt gegen die Zitate. Weil Nietzsche ist ein brillanter Schreiber, einer der größten Schreiber der deutschen Sprache, mit ganz wenigen nur vergleichbar. Und das muss man immer wieder berücksichtigen. Und das hat eine ungeheure Herausforderung. Die Nietzsche-Prosa reißt einen mit, das funkelt, das blitzt, das ist wie ein Zauber, der entfacht wird. Dass man erst mal betäubt, sich fragt, was ist das eigentlich, stimmt das überhaupt? Oder ist das nur die Faszination der Sprache, die da entrollt wird? Den eigentlichen Anstoß, muss ich noch sagen, sich mit Nietzsche näher zu beschäftigen, kam bei mir durch Gottfried Ben, der ja auch sich intensiv seinerseits mit Nietzsche beschäftigt hat, der einen schönen Essay geschrieben hat, Nietzsche nach 50 Jahren, wo er Nietzsche eigentlich nur noch als Ausdruckskünstler beschreibt, als Magier der Sprache. Also Nietzsche ist ein Freund, bis zum heutigen Tage, ein schwieriger Freund, aber einer, der nie langweilig ist. Das ist für mich ganz wichtig. Nietzsche ist der per se nicht langweilige Denker und Autor. Nie, er ist nie langweilig. Also was war nun Nietzsches Problem? Oder was fand er problematisch an der modernen Welt? Ja, das ist natürlich eine ganz zentrale Frage, was er an der modernen Welt, an der modernen Seele problematisch fand. Man hat ja immer wieder gesagt, Nietzsche war so eine Art Diagnostiker der modernen Seele. Was heißt das? Er hat ja das Diktum ausgesprochen, die moderne Welt ist eigentlich im Grunde genommen, in der Grundsubstanz nihilistisch. Nihilismus, auch wenn die Werte für sich genommen noch halbwegs aufrechterhalten werden. Er sah dahinter eigentlich den Nihilismus. Und da sollten wir vielleicht erst noch mal drauf eingehen, was heißt Nihilismus? Nihilismus ist ja heute ein Begriff, der alltagssprachlich was ein Zyniker meint, der an gar nichts glaubt, vor allen Dingen nur noch an sich selbst, an der alles irgendwie skeptizistisch in Frage stellt. Aber was ist Nihilismus? Und woher kommt der Begriff? Das ist interessant, wenn man das mal einen Moment sich vor Augen führt. Ich habe das mal recherchiert, weil ich auch festgestellt habe, dass viele das nicht wissen. Woher kommt überhaupt der Begriff Nihilismus, der auch schon vor Nietzsche bekannt war, bei den Russen zum Beispiel, bei Togen, Yev und anderen. Nietzsche hat den Begriff ja nicht erfunden. Aber er hat ihn in einen bestimmten Kontext gestellt. Er hat ihn benutzt. Meiner Recherche nach war, ist der Begriff aufgetaucht im Zusammenhang mit Kant, der Kritik der reinen Vernunft. Das wissen viele nicht, auch in Wikipedia steht es nicht. Aber ich will mal kurz diese Passage aus diesem Buch Nietzsche, Hitler und die Deutschen vorlesen, wo ich das gebracht habe, auch mit dem Zitat eines Autors namens Jenisch, der das erläutert. Wann tauchte das Wort Nihilismus zum ersten Mal auf? Meines Wissens geschah dies anderthalb Jahrzehnte nach der Erstveröffentlichung von Kants Kritik der reinen Vernunft und in bewusster Bezugnahme auf dieses Werk, in dem der traditionellen Metaphysik der Todesstoß versetzt wurde, jedenfalls nach der Überzeugung von Kant selbst und seiner Anhänger. Kant glaubte, bewiesen zu haben, dass metaphysische Erkenntnisse für die Vernunft unmöglich sind und so weiter. Und dazu schreibt ein völlig unbekannter Autor folgenden Text. Ich, 1796, ich gestehe aufrichtig, dass der bloße Gedanke der gänzlichen, der absoluten Irrealität menschlicher Erkenntnis, so kann man das ja deuten, in Rücksicht auf die Dinge an sich und der transzendental-idealistischen Schöpfung aller Naturgesetze für meine Einbildungskraft und Vernunft etwas Ungeheures, Schauerliches, etwas Höchstniederschlagendes und alle höhere Kraftanstrengung lähmendes hat. Die Kant'sche Vernunftkritik stellt nach jene so wörtlich jetzt den offenbarsten Atheismus und Nihilismus dar, wobei er in einer Klammerbemerkung ausdrücklich hervorhebt, dass Nihilismus das eigentliche Wort für die Sache sei. Also, es ist die erschütterte Feststellung, Kant als alles Zalbalma, dass Kant eigentlich das Naturrecht des Menschen sozusagen auf metaphysische Erkenntnis zertrümmert. Und das ergreift diesen Jenisch so sehr, dass er sagt, das ist Nihilismus und Atheismus. Daher kommt eigentlich dieses Wort Nihilismus. Und wir haben ja auch schon mal in unserem Kopernikus-Video, das will ich kurz erwähnen, gesagt, dass im späten 18. Jahrhundert ganz allmählich ein eigenartiger Verdacht aufkommt, nämlich dass die newtonische Himmelsmechanik im Grunde genommen Gott überflüssig macht. Ich habe ja das zitiert in Jean Paul, Rede des toten Christus vom Weltgebäude herab, dass kein Gott sei. Und später dann die berühmte Frage von Napoleon an Laplace mit der Antwort, wo denn Gott sei im Weltsystem Newtons, die Antwort, Gott als Hypothese zu betrachten. Gott brauchen wir nicht. Also als diese Hypothese, Gott brauchen wir nicht. Und da fing an, auch allmählich das zu kippen. Das heißt, die Selbstgewissheit der modernen Kosmologie kam ins Wanken und in dem Zusammenhang taucht dann das Wort Nihilismus auf. Und jetzt können wir ja noch uns beschäftigen, wie das Nietzsche selber sprachlich und gedanklich gefasst hat. Wen sah der Nietzsche als hauptsächliche Proponenten des Willen zum Nichts oder des Nihilismus? Und was hat er darunter verstanden? Ja, du erwähnst ganz gut diese Formel Wille zum Nichts. Das ist wichtig. Die stammt eigentlich von Schopenhauer. Ganz kurz zu Schopenhauer. In seinem wunderbaren, großen Buch Die Welt der Zwille und Vorstellung ist das letzte Wort, Gedankenstrich vorher, nichts. Das meint er aber nicht nihilistisch, ist nicht nihilistisch verstanden, sondern meint eine andere Seinsordnung als die physisch-sinnliche. In gewisser Weise Nietzsche, also Schopenhauer dann als Mystiker, wenn man das so nennen will. Wille zum Nichts ist bei Nietzsche ein interessanter Begriff. Dann muss ich ganz kurz noch mal darauf eingehen, wie schon damals Nietzsche den Willen zur Macht greift. Nämlich im Grunde genommen, wenn man so will, antagonistisch. Er unterscheidet den Willen zum Nichts und den unerschöpften Zeugenden Lebenswillen, den er auch von Schopenhauer hat. Und er hat das Gefühl, dass in der Gegenwart, in seiner Gegenwart, im Grunde genommen primär die nihilistischen Werte triumphieren, dass faktisch, nicht ideologisch, nicht auf der Oberfläche, dass faktisch nihilistische Werte propagiert werden. Faktisch der Wille zum Nichts vorherrscht. Überall. Was ist denn ein Wert für Nietzsche? Ein Wert ist für Nietzsche etwas, was nicht in der Natur, im Kosmos, im Universum für sich vorhanden wäre. Insofern ganz modern. Die Werte gibt es gar nicht. Die werden gesetzt. Nietzsche meint, der Mensch sei ein Wertesetzender. Eine wesentliche Eigenschaft ist, dass er die Werte setzt. Die findet er nicht vor. Und diese Philosophen sieht er als Wertesetzer, die sozusagen die Grundlinien des Denkens für Jahrhunderte oder gar Jahrtausende bestimmen. Also Wert ist eine Setzung durch den Menschen, eine bestimmte Interpretation auch. Und es können die falschen Werte gesetzt werden oder Werte gesetzt werden, die dem Leben und dem ewig sich vorzeugenden Lebenswillen entgegenstehen. So ist es, ja. Ich darf mal kurz hier das zitieren. Da heißt es einmal bei Nietzsche, wir haben zwei Willen zur Macht im Kampfe gesehen. Heißt es einmal im Nachlass. Einem Willen zum Nichts, von Nietzsche durchaus als Machtwille verstanden, als nihilistischer Wille zur Macht, steht ein schöpferisches Prinzip der unerschöpfte zeugenden Lebenswille gegenüber. So heißt es im Nachlass, im gedanklichen Umkreis des oberen Zitats, jetzt Nietzsche, die Niedergangsinstinkte sind Herr über die Aufgangsinstinkte geworden. Der Wille zum Nichts ist Herr geworden über den Willen zum Leben. Und der Wille zum Nichts ist für Nietzsche die gesamte moralische Weltordnung aller Religionen eigentlich, im Besonderes Christentums, aber nicht nur des Christentums. Das ist für ihn also ein ganz entscheidender Ansatz. Also er denkt eigentlich ein Gegensatz, es ist eine Art Dialektik, wenn man will, im Willen zur Macht. Das ist ein Wille zum Nichts und ein schöpferischer Lebenswille. Die kämpfen miteinander. Beide wollen eigentlich die Macht. Und dieser Kampf ist, tobt. Und Nietzsche glaubt auf seine Weise, für den unerschöpften Lebenswillen zu kämpfen, gegen den Nihilismus seiner Zeit. Und was meint er dann in diesem Zusammenhang mit der Umwertung aller Werte? Welche Werte genau hat er besonders auf dem Kieker sozusagen? Und in welcher Hinsicht sollten sie umgewertet werden? Naja, gut. Die Umwertung, gut, okay. Wir haben ja gefragt, was Nietzsche wirklich will. Was wollte Nietzsche? Das hat er selber immer wieder gesagt. Ganz eindeutig. Nämlich die Umwertung aller Werte. Er sah das als seine zentrale Aufgabe an einem bestimmten Punkt an. Von Zerratus-Strahlen. Vorher weniger. Man muss sagen, vielleicht noch ganz kurz nur, dass ja Nietzsche kein Block ist. Auch sein Leben ist ja sehr vielfältig. Und er hat verschiedene Phasen durchlaufen. Man kann grob drei Phasen bei Nietzsche unterscheiden. Das ist einmal der frühe Nietzsche, der glühende Wagnerianer, Bewunderer von Wagner. Er kannte ihn auch persönlich. Er hat ihn 1868 in Leipzig kennengelernt. Vor allen Dingen durch den Tristan hat er es ihm angetan. Er war ein glühender Bewunderer des Tristan. Blieb es übrigens auch in der Zeit seiner Kampfschriften gegen Wagner. Und Schopenhauer. Er war ein glühender Bewunderer, ein Schopenhauerianer. Und dann kommt allmählich eine Abgrenzung zu Wagner und auch zu Schopenhauer. Und dann gibt es einen mittleren Nietzsche. Der ist mir auch sehr nah. Das ist ein brillanter Essayist. Das schönste Buch ist die Morgenröte. Von diesen mittleren Büchern. Und da hat man das Gefühl, wohin geht das jetzt? Er verspottet die Wagnerianer. Er war tief enttäuscht durch die ersten Bayreuther Festspiele. Hat er sich anders vorgestellt. Er war ein guter Freund von Wagner. Die haben ja lange Gespräche geführt. Ein intimer Freund. Und diese ganze Veranstaltung der Bayreuther Festspiele fand er einfach abgeschmackt. Und Schopenhauer hat er gleich mit dann über Bord geworfen. Und dann kommt er in ein anderes Fahrwasser rein. Und da können wir noch ausführlich drüber reden, weil es sehr wichtig ist. Das zeigt sich mit dem Zarathustra. Aber auch schon vorher. Darauf wollen wir vielleicht auch noch eingehen. Es gibt dann diese berühmte Ur-Intuition von Nietzsche, die man fast religiös betrachten kann. Das kann man noch genauer beleuchten. Nämlich im August 1881 in Silzmaria. Man muss sagen, Nietzsche war ja Professor für Altphilologie, war ständig krank, wurde irgendwann suspendiert und bekam eine kleine Pension. Davon konnte er leben. Und er hat die Sommermonate ab 1881 in Silzmaria verbracht. Das war damals keineswegs ein einsamer Ort, wie er selber es gerne so sehen wollte. Es war ein Professoren-Domizil. Es war angesagt damals. Und da läuft er dann am Silberplaner See entlang, an einem pyramidalen Block. Er sieht diesen pyramidalen Block am Silberplaner See. Heute gibt es eine Tafel. Und plötzlich kommt ihm der Gedanke des Zarathustra. wie eine Intuition, wie eine Unvorstellbare, wie eine Eingebung, wie ein Erleuchtungserlebnis. Da wurde eins zu zwei und Zarathustra ging an mir vorbei. Und seitdem kommt ein anderer Klang, ein anderer Sound in Nietzsche. Plötzlich wird der Skeptiker und brillanter Stilist und Essayist gewinnt er eine Sprache, die an Luthers Bibelübersetzung erinnert. Was pathetisch, was weihvolles geradezu. Und Nietzsche identifiziert sich irgendwie mit Zarathustra. Man könnte noch fragen, warum eigentlich. Und dann kommt er in ein ganz anderes Fahrwasser. Und dann erst beginnt er radikal diese Umwertung aller Werte anzudenken und unermüdlich sich damit zu beschäftigen. Er hat dutzende, Jahrhunderte von Buchtiteln entworfen. Wie nennt er das? Wie will er das überhaupt in den Griff bekommen? Auf jeden Fall ist er von diesem Moment an ein anderer. Und er schreibt dann diese vier Teile im Zarathustra in rasender Schnelligkeit nieder. Der Erfolg im Buch war niederschmetternd. Ich glaube, von Asusprach, Zarathustra sind ungefähr 100 Stück verkauft worden, oder 130 zu Lebzeiten Nietzsches. Den vierten Teil musste er im Privatdruck bringen mit 40 Exemplaren. Also ein totaler Misserfolg zunächst. Man muss ja sagen, dass hier am Rande noch mal erwähnen, dass Nietzsches Weltruhm ja erst im frühen 20. Jahrhundert begann und ein europäischer Ruhm erst wirklich einsetzte, als Nietzsche bereits geisteskrank war. Vorher nicht. Vorher war er kaum bekannt. Man kannte ihn gar nicht. Also das zunächst mal einleitend dazu. Gut, dann würdest du jetzt vielleicht mal darauf eingehen, welche Werte es genau waren, die Nietzsche besonders gerne umwerten wollte und warum. Ja, das ist jetzt ganz schön direkt gefragt, welche er besonders gerne umwerten wollte. Man muss sagen, Nietzsche war ein extrem sensibler Mensch. Man würde vielleicht heute sagen, ein hochsensibler. Ein Mensch, der kolossal, umgänglich und höflich war. Ja, hyperhöflich. Alle, die ihn gekannt haben, haben das immer wieder bestätigt. Nietzsche sprach sehr leise, war zu den Damen von einer überwältigenden Höflichkeit, war immer, auch seine Briefe zeigen das. Und es ist nicht identisch mit seinen Schriften. Er war ja auch eine Weile Gymnasiallehrer, das musste man damals sein, als Universitätsprofessor. Und es gibt Bemerkungen seiner Schüler, dass er immer ganz leise gesprochen hat. Alle waren bei ihm fleißig, sie waren ruhig, sie waren diszipliniert, er hatte gar nie Probleme. Also das ist das eine. So war Nietzsche auch im Grunde genommen, kann man sagen, ein asketisch-religiöser Mensch. Tief religiös auch, obwohl er es schon von einem bestimmten Punkt dann abgelehnt hätte. Also, was hat er attackiert? Das ist natürlich auch eine persönliche Geschichte. Das muss Nietzsche kennzeichnet, ist ja dadurch gekennzeichnet, wie bei keinem anderen Philosophen oder bei wenigen anderen Philosophen, ich würde vielleicht als Ausnahme danach Helmut Friedrich Krause nehmen, dass er ganz von sich ausgegangen ist von seinen eigenen Erfahrungen. Er schreibt ja einmal, ich mache da aus dem Willen zur Gesundheit meine Philosophie. Er ist grundsätzlich krank. Nietzsche ist immer krank, hat enorme Schmerzen, hat immer wieder furchtbare Anfälle, von tagelanger Anfälle, von hämmernden Kopfschmerzen, mit Erbrechen und allem. Das heißt, Nietzsche ist krank. Und er hat irgendwie das Gefühl, alles, was er macht, verstärkt diese Krankheit. Sein Amt als Hochschullehrer, sein Amt als Gymnasiallehrer, all das belastet ihn, das macht ihn eigentlich kaputt. Und er fängt ja auch dann an nachzudenken, wo kann man überhaupt leben? Was geht überhaupt? Er hat genau überlegt, man müsste eigentlich nach Mexiko ziehen oder dann, wie ernährt man sich? Er hat ganz genau überlegt, wie hält man das Leben überhaupt aus? Und Silzmaria war für ihn so eine Offenbarung, Offenbarung, weil er das Gefühl hat, das ist die Landschaft, die mir zusagt. Das ist die Landschaft, die ich eigentlich brauche. Also ein immer Kranker hat das Gefühl, auch die moralisch-christlichen Werte ruinieren ihn, weil sie verneinen das Leben. Alles, was elementar in ihm durchbricht, an Lebensfreude, an Bejahung, an trunkener Schönheit, fühlt er durch die christlich-moralischen Werte einfach runtergemacht, ausradiert. Also das Gefühl, so geht es nicht. Er muss anders leben. Und er lebt dann ja auch anders. Aber er ist immer ein Leidender. Das sagt er auch unermüdlich. Er ist furchtbar gequält von entsetzlichem Leiden. Und das bestimmt sein Denken. Wie wird man gesund? Wie kann man Ja sagen, wo man doch ein Leidender ist? Das ist ja auch die Frage für ihn. Im Leiden Ja sagen. Zu dem Leiden auch stehen und durch das Leiden hindurchgehen, um dann zu einer neuen Bejahung zu kommen. Also das ist ganz entscheidend wichtig. Das ist auch ganz persönlich, an ihn persönlich gekoppelt. Und auch seine Abgrenzung nachher zu wagen, sagt er, diese Musik macht einfach krank. Ich halte sie nicht mehr aus. Ich muss andere Musik haben. Er wollte gesund sein. Er wollte bejahen. Seine Philosophie ist ja eine Philosophie der Bejahung, natürlich auf der Folie von klaren Neins. Was sind die Neins und was sind die Ja's, wenn man das so nennen will. Das spielt ja eine ganz zentrale Rolle bei Nietzsche. Also der Wille zur Gesundheit ist gleichzeitig der Wille zur Bejahung. Und wenn man bejaht, meint Nietzsche, dann muss man grundsätzlich bejahen. Er geht ja so weit zu sagen, wenn ich einen Zustand bejahe und sage jetzt, im Sinne von Faust, auch zu einem Augenblick, verweile doch, du bist so schön, dann habe ich alle Elemente, die zu diesem einen Augenblick geführter mit bejahet. Also die ekstatischen Ja-Momente, die Verzückungen, sind nicht denkbar ohne die ganze furchtbare Vorgeschichte. Und sagt er, wenn man das bejahet, muss man alles bejahen. Also sein Gefühl, diese Welt muss bejahet werden. Alle Metaphysiker, das Gefühl, sie bauen Hinterwelten auf und verleihen eigentlich diese Welt. Sie wollen eine andere Welt haben. bauen eine idealistische Welt auf, die es dann gar nicht gibt, nach seiner Überzeugung. Und das ist alles fiktiv. Das ist ja auch Nietzsche, ein großer Matador, kann man sagen, und Vorläufer, der Vorstellung, dass der Mensch in Fiktionen lebt. Das sagt er ja unermüdlich. Der Mensch ist einfach, er lebt in Fiktionen. Und welche Rolle spielt innerhalb dieses Zusammenhangs und dieses Programms der Umwertung aller Werte, zum Beispiel das sogenannte Negative, das was von zum Beispiel den Christen oder von vielleicht auch Vernunftideologen verneint wird bei Nietzsche? Und was hat das zu tun mit dem Willen zur Macht? Naja, ich habe ja schon gesagt, es gibt diesen Antagonismus, der unerschöpfte zeugende Lebenswille und der Wille zum Nichts. Es gibt also sozusagen einen Kampf zweier Willensimpulse. Was der Wille zur Macht bedeutet, darüber sprechen wir ja noch. Und er sieht sich als Kämpfer für den unerschöpften zeugenden Lebenswillen, als Kämpfer der Bejahung. Und er, da ist natürlich, wie bei den meisten Denkern, bei Nietzsche natürlich auch, gibt es natürlich Widersprüche. Es gibt ja auch logische Widersprüche. Die Bejahung würde ja der Umfassende sein, auch der Gegner muss dann bejaht werden. Denn sonst verfällt man natürlich in einen Dualismus. Es gibt zwei Grundprinzipien im Kosmos. Ich neige ja dieser Auffassung zu, dass die sozusagen antagonistisch und ewig so sind, wo man gar nichts dran ändern kann. Diese Auffassung war ja Nietzsche nicht. Warum er den Zarathustra nimmt, hat er ausdrücklich gesagt. Deswegen, weil Zarathustra der Erfinder war, so meint er, der, dieses Gut-Böse-Dualismus. Deswegen greift er ihn auf, um nun jenseits von Gut und Böse zu sein. Aber faktisch ist es so, dass er doch wieder einen Antagonismus, Plus-Minus einführt, der in der Welt miteinander kämpft. Und der bejaht seine Gegner gar nicht. Und das ist ein Grundwiderspruch. Das ist ja auch die Frage, wenn man, auch philosophisch haben wir in unseren Videos öfter auch schon besprochen, wenn man von der Einheit der Welt ausgeht, wie ist es denn überhaupt mit den Gegensätzen? Kann man das zusammen denken? Oder kollabiert das eben das Denken? Diese Einheitsmystiker, die haben ja große Schwierigkeiten, die Antagonismen der realen Welt überhaupt zu verstehen. Oder sie gucken da einfach nicht hin. Ganz schwierig. Und das ist bei Nietzsche auch so. Also er bejaht, auch indem er verneint. Und er verneint, indem er bejaht. Beides ist zusammen bei ihm. Dann möchtest du vielleicht etwas sagen zu der Vision des Übermenschen, die sich in diesem Zusammenhang ausbreitet? Ja, das ist ja nun, Nietzsche, das muss man noch sagen, war ein Meister der griffigen, man kann auch sagen süffigen, funkelnden Formeln. Das hat auch seine Wirkungsgeschichte bestimmt. Dass er so suggestive Formeln in die Welt gesetzt hat, die man einfach aus dem Zusammenhang reißen kann und benutzen kann. Wille zur Macht ist doch wunderbar. Kann alles sein. Jede Äußerung ist auch in Wille zur Macht. Was heißt der Übermensch? Was ist das für eine Konzeption? Man muss vielleicht sagen, der Übermensch ist ja nicht eine Erfindung von Nietz. Das Wort hat er nicht erfunden. Es gibt in der Antike den sogenannten Hyperanthropos. Erinnert sich ein bisschen an Johann Kirchhoff und der kosmische Anthropos? Also Hyperanthropos. Und dann habe ich kürzlich, das fand ich faszinierend, das wusste ich gar nicht, bei Wikipedia nochmal nachgeguckt. Und da habe ich festgestellt, das wusste ich wirklich nicht, dass schon Dante das Wort Übermensch verwendet. Und zwar als Verb. Transhumanar. Übermenschlichen. Das ist wie ein Verb. Bei Dante ist der Übermensch in der göttlichen Komödie der göttliche Mensch, der eigentlich nur im Jenseits in der Vereinigung mit dem Göttlichen zu sich selbst kommt. Und sonst, der Übermensch war ein religiöser Begriff, der wurde ganz viel verwendet. Berühmt ja auch die Stelle im Faust, die ja jeder kennt sozusagen, als Faust den Erdgeist, darauf beschwert. Denkt er, ja, den Erdgeist, dieses Zeichen hier, so. Und dann kommt der Erdgeist und der fühlt sich ganz klein. Und dann wird zum furchtsam weggekrümmten Wurm und dann sagt der Erdgeist zu ihm, welch erbärmlich grauen fast Übermenschen dich. Ach, der Spott. Du bläst dich auf zum Blasebalg der Gottheit. Das ist ein Wort von Nietzsche. Die Religiösen blähen sich auf zum Blasebalg der Gottheit. Letztendlich sind es das Würmer. Also die, das, der Begriff war eingeführt. Nietzsche hat ihn dann populär gemacht, kann man sagen. Aber er ist ja auch in dem religiösen Spektrum auch bis ins 20. Jahrhundert nah in Gang und Gebel. Arobendo zum Beispiel, Bei Arobendo, der sich ja auch stark auf Nietzsche bezieht. Der Superman ist ein, ist der, manifestiert sich in der menschlichen Realisierung des supramentalen Bewusstseins. Bis hin dann nun irgendwelche Freaks, die dann heute meinen, ja, Nietzsche ist eigentlich ein Vorläufer des Transhumanismus. Hier ist ja interessant bei Gante, Transhumana, also die, sozusagen gibt es ja viele, die sagen, ja, Nietzsche, der hat das schon vorausgesehen, der will das auch so. Man muss den Menschen überwinden, so wie er heute ist. Also, was ist der, der Übermensch eigentlich bei Nietzsche? Das will ich versuchen darzustellen. Der wird ja häufig dann, da gibt es den Gegenbegriff, der Untermensch sofort, kommt da eine politische, furchtbare Dimension ins Spiel. Nietzsche unterscheidet also den Übermenschen und die anderen sind Untermenschen. So ist es nicht. Nietzsche benutzt da einen Begriff, um den eigentlichen Menschen, wenn man so will, herauszuheben. Also spirituell könnte man sagen, der Mensch, wie er eigentlich gemeint ist, was ich als kosmischen Antropos bezeichne. Und den nennt er den Übermenschen. Aber er will ja kein Religionsstifter sein. Er will das ja alles gar nicht religiös verstanden wissen. Und da gibt es eben im Zarathustra dann diese berühmte Stelle. Ich lese mal nur mal einen Teil daraus vor, damit man auch den Originaltext jetzt Nietzsche auch hört, wie er den Übermenschen vorstellt, sozusagen. sagen. Und Zarathustra sprach also zum Volke. Ich lehre euch den Übermenschen gesperrt, gedruckt. Der Mensch ist etwas, das überwunden werden soll. Was habt ihr getan, ihn zu überwinden? Alle Wesen bisher schufen etwas über sich hinaus. Und ihr wollt die Ebbe dieser großen Flut sein? Und lieber noch zum Tier zurückgehen, als den Menschen überwinden? Was ist der Affe für den Menschen? Ein Gelächter oder eine schmerzliche Scham? Und eben das soll der Mensch für den Übermenschen sein, ein Gelächter oder eine schmerzliche Scham? Ihr habt den Weg vom Wurm zum Menschen gemacht und vieles in euch ist auch noch Wurm. Einst wart ihr Affen und auch jetzt ist der Mensch mehr Affe als irgendein Affe. Wer aber der Weiseste von euch ist, der ist auch nur ein Zwiespalt und Zwitter von Pflanze und Gespenst. Aber heiße ich euch zu Gespenstern oder Pflanzen werden? Ich lehre euch den Übermensch. Der Übermensch ist der Sinn der Erde. Euer Wille sage, der Übermensch sei der Wille der Erde. Ich beschwöre euch, meine Brüder, bleibt der Erde treu und glaubt denen nicht, welche euch von überirdischen Hoffnungen reden. Giftmischer sind es, ob sie es wissen oder nicht. Verächter des Lebens sind es, Absterbende und selber Vergifteter, deren die Erde müde ist, so mögen sie dahinfahren. Einst war der Frevel an Gott der größte Frevel, aber Gott starb Gottes Tod und damit starben auch diese Frevel Haften. An der Erde zu freveln ist jetzt das Furchtbarste und die Eingeweide des Unerforschlichen höher zu achten als den Sinn der Erde. Einst blickte die Seele verächtlich auf den Leib und damals war diese Verachtung das höchste. Sie wollte ihn mager grässlich verhungert. So dachte sie ihm und der Älteste an Schlüpfen. Oh, diese Seele war selber noch mager grässlich und verhungert und Grausamkeit war die Wollest dieser Seele. Aber auch ihr noch, meine Brüder, sprecht mir, was kündet euer Leib von eurer Seele? Ist eure Seele nicht Armut und Schmutz und erbärmliches Behagen? Wahrlich ein schmutziger Strom ist der Mensch. Seht, ich lehre euch den Übermenschen. Dies ist das Meer, in ihm kann eure große Verachtung untergehen. Also ein religiöser Gestus, ich lehre euch den Übermenschen, ganz religiös ekstatisch aufgeladen. Er, der Übermensch bei Nietzsche ist eine, ist der eigentliche Mensch. Dann gibt er ja auch, was interessant ist, Beispiele. Da wird es natürlich auch schon interessant. Er gibt ja Beispiele, wer zumindest in die Nähe des Übermenschen kommt. Wen erwähnt er da? Er erwähnt Leonardo da Vinci, den er sehr bewundert. Ein Unglaublicher Bewunderer von Leonardo da Vinci. Er sagt, der war schon in der Renaissance den überchristlichen Blick gehabt. Er hatte diesen überchristlichen Blick, auch wenn er christliche Motive malt. Er war längst darüber hinaus. Dann erwähnt er einen, der ihm nächst verwandten, wie er sagt, Friedrich den Zweiten von Hohen Staufen, den berühmten Stauferkaiser, dem das Wort nachgesagt wird, die Welt ist durch drei Betrüger hintergangen worden, Jesus, Moses und Mohammed, und so weiter. Also den bewundert er, den Friedrich II., den Stauferkaiser im 13. Jahrhundert. Ja, aber dann gibt es andere Sätze, sagt er plötzlich. Ja, Napoleon. Er sagt sogar, die Memoare Napoleons ist eines der besten Bücher überhaupt, die es gibt. Er bewundert Cäsar. Er bewundert Machtmenschen. Akibiades, zum Teil auch Cäsar Borgia. Gut, was ist das denn nun? Bewundert er den Machtmenschen? Oder ist das ein höherer Typus Mensch, der im Prinzip auch einem Nicht-Machtmenschen zugänglich ist? Da sind wir wieder im Bereich der Widersprüche auch bei Nietzsche. Er ist auch ein Bewunderer einer an der Renaissance orientierten Sklavengesellschaft, dass einige wenige Künstler-Tyrannen herrschen sollen. Und das meinte er, also letztlich meinte er auch, der Philosoph müsste eigentlich herrschen. Er müsste eigentlich die Werte für Jahrhunderte festlegen und er müsste auch an der Macht sein, sozusagen. Anders als das Platon gesehen hat. Also der Übermensch ist ein Ideal, wenn man so will. Der Übermensch hat die moralisch-christliche Weltordnung überwunden. Der Übermensch ist in gewisser Weise auch ein kosmischer Mensch. Nietzsche hat ein ganz eigenes Verhältnis auch zum Kosmischen, darüber können wir noch reden. Und es ist eine ambivalente Formel, eine ganz schwierige Formel, die natürlich zu jeder Art Missbrauch sofort einlädt. Und wenn man sie aus dem Zusammenhang kreist. Und der Übermensch wird von keiner ihm externen Instanz gerichtet oder verurteilt, sondern er selbst ist der Ausgangspunkt der Werte. als ein Problem. Und das wäre in gewisser Weise auch, dann könnte man sagen, Christentum und Vernunft und diese ganzen Dinge sind wie externe Instanzen, die dann verurteilend eingreifen auf den Menschen und ihn beeinflussen, während er eigentlich aus sich heraus die Werte setzen kann. Nun kannst du Macht auf zweierlei Weise auffassen. Einmal einfach schlicht vom Vermögen her, dann wäre sozusagen ein großes Können, ein großer Künstler, wie auch Leonardo da Vinci, ein großes Genie, wie auch Mozart und so weiter, große Könnende, die einfach sehr viel schöpferisch unblockiert in die Welt tragen können. Und dann ist das andere eben Macht über, also jemand anderen dominieren, wie es jetzt zum Beispiel Napoleon getan hat, große Eroberer überhaupt getan haben. Mit Millionen von Toten. gerne mal, dass du vielleicht da nochmal reingehst in die ganze Frage nach dem Willen zur Macht, weil das ist ja immer weiter in seine Naturphilosophie auch hineingegangen, dass er meinte, der Wille zur Macht ist überhaupt das Grundkonstituenz der Natur an sich. Wie kommt er auf diesen Gedanken und was meint er damit? Ja, das ist ein sehr interessanter Punkt. Das hängt, ja, was ist überhaupt Wille zur Macht für ihn? Die Nietzsche, was viele nicht wissen, hat sich intensiv mit Naturwissenschaften beschäftigt und er hat sogar in Teilbereichen naturwissenschaftliche Thesen und Überzeugungen mit einbezogen. Zum Beispiel Robert Mayer, berühmt für seine Thesen, damals stark kritisiert, später von allen übernommen, der Energieerhaltung, für sein Kraftbegriff. Nietzsche ist ja auch ein Matador des Kraftbegriffes. Er propagiert Kraft. Kraft ist nicht passive Kraft, ein Vermögen, sondern ist immer ausgeübte Kraft. Die Welt ist Manifestationen von ausgeübter Kraft. Kraft ist auch Wille. Das geht bei ihm zusammen. Da könnte man sagen, das ist nur anthropomorph, hineingetragen, wieso soll Kraft Wille sein? Aber es ist Wille. Und Wille ist ja bei Nietzsche, das muss man auch noch in Erinnerung rufen, kein Geist Wille. Es ist nicht der Wille des einzelnen Menschen, im Sinne auch der Willensmetaphysik der Deutschen und überhaupt der Willensmetaphysik, das haben wir auch bei Schelling gesehen, in dem Sinne, ich kann tun, was ich will, ich mache, dass ich bin, dass der Will. Nietzsche demontiert ja auch das Ich komplett. Er hebelt das Ich ja auch vollkommen aus. Der Wille bei Nietzsche ist nicht ichhaft, ist eigentlich kein Geist Wille in dem Sinne, sondern ist eher ein Prinzip, ein Kraftprinzip im Kosmos. Da gibt es ja einen schönen Satz, den ich mir mal rausgeschrieben habe von Mayer, 1800, Robert Mayer, 1845, den Nietzsche kannte, Nietzsche kannte diese Schriften, hat sich damit auch beschäftigt, da schreibt Robert Mayer und das übernimmt Nietzsche total, es gibt in Wahrheit nur eine einzige Kraft, also eine Urkraft, Energie sagt man heute, ich spreche ja von Raumenergie auf eine andere Weise, also es gibt in Wahrheit nur eine einzige Kraft, in E, Robert Mayer noch, in ewigem Wechsel kreist dieselbe in der toten wie in der lebenden Natur, dort und hier kein Vorgang ohne Formveränderung der Kraft, das übernimmt Nietzsche, er bezieht sich ausdrücklich auf Robert Mayer, zum Beispiel, jetzt Nietzsche Zitate, die Welt der Kräfte erfährt keine Verminderung, die Kraft ist immer da, das ist auch wichtig nachher für die ewige Wiederkehr, Nietzsche geht davon aus, diese Welt ist nicht geschaffen, sie ist ewig, insofern zusammen mit Jordan Brunus und auch meinem Denken, was diesen Punkt betrifft, die Ewigkeit der Welt, die nicht geschaffenheit der Welt, diese Energie entsteht nicht und sie kann auch nicht zugrunde gehen, sie ist immer da, sie wirkt immer, oder? Das Maß der Allkraft ist bestimmt, endlich, da Nietzsche eigenartige Kosmologie, er glaubt an eine unendliche Zeit, er prägt ja den Begriff, was viele überhaupt noch nie gehört haben, obwohl es bei Nietzsche ganz oft auftaucht, aber Nietzsche hat es völlig ignoriert, das absolute Werden, er glaubt an die absolute Zeit, aber der Raum soll endlich sein, ein klares, festes Quantum an Raum, wie das ja auch oft gedacht worden ist, also den unendlichen Raum lehnt er ab, er lehnt auch die unendliche Kraft ab, wir verbieten uns den Begriff Nietzsche einer unendlichen Kraft als mit dem Begriff Kraft unverträglich, alles ist Kraft, da verbindet er also einen naturwissenschaftlichen Begriff, damals Kraft, später wurde es Energie genannt, über all diese Dinge haben wir in unseren Videos auch schon gesprochen, die Widersprüchlichkeit dieser Begriffe, die den Physiker damals verwendet haben, also Kraft ist für ihn eine endliche Größe, aber eine Größe, die ewig ist, ja, also der Wille zur Macht, ich sag's nochmal, ist kein Personaler Wille eines Einzelnen, der manifestiert sich in dem Einzelnen und da ist ja das auch eigenartig, dass Nietzsche der große Matador, der, ja, wie soll ich sagen, der Nicht-Ich-Haftigkeit des Menschen ja auch nachher in hemmungslosen Größenwahn ausgeufert ist und sein Ego also bis zum Extremen gesteigert hat, also eine Egomanie, die kaum zu überbieten ist, Nietzsche unfassbarer, dann sei Sätze über sich selbst gesagt, er würde die Menschheit in zwei Teile spalten und Jahrtausende müssten dann eine Eide auf ihn schwören und so weiter, er hat das größte Buch, was je geschrieben worden ist, alle die Menschen können nicht mal atmen in der Gegend, weil sie überhaupt keine Ahnung haben, also Nietzsche da geht es völlig durch mit ihm und dieser selbe, der favorisiert eigentlich den Nicht-Ich-Gedanken, also Eshaftigkeit, das ist ganz eigenartig, auch widersprüchlich, also der Wille zur Macht ist für ihn ein Prinzip, in gewisser Weise, das habe ich mal in einem Essay vor vielen Jahren, in den 70er Jahren versucht zu zeigen, in gewisser Weise ist es dann doch ein metaphysisches Prinzip, ist ja die Frage, ist das Nietzsche nicht letztlich doch Metaphysiker, dass sie doch zwei Prinzipien einander gegenüberstellt und die miteinander kämpfen, wie ist das dann nun mit diesen Prinzipien und ganz schwer zu sagen, er selber hätte es abgelehnt, das heißt nicht, dass es nicht trotzdem stimmen könnte, also Wille zur Macht ist ein über alles meint er ist darauf angelegt auch am kleinsten auf einen Überwältigungstrieb alles alle Zentren er glaubt nicht an den Atomismus er lehnt auch das Atom ab sind alles nur Konfigurationen dieser einen Urenergie seiner Kontinuumstheorie kann man sagen das sind nur Manifestationen dieser einen Urenergie die ist eshaft und die Ichhaftigkeit und der Mensch überhaupt mit seinem Geist seinem Intellekt und allem ist eigentlich nur ein Sekundär Phänomen und das hat er von seinem früheren Lehrer Schopenhauer übernommen das muss man auch dazu sagen er ist er ganz in diesem Punkt ist er ganz Schopenhauer nach Schopenhauer ist ja auch der Geist der Intellekt nur ein Werkzeug des an sich blinden Willens und diese Auffassung war im Grunde auch Nietzsche das hat er eigentlich übernommen gab es bei Nietzsche so eine Art Übergang von einer vielleicht eher schöpferisch aufgefassten Macht als Vermögen Macht als schöpferisches sich ausdrücken bis hin zu mehr und mehr Dominanz Macht als Überwältigung anderer als Herrschaft und so weiter gab es dort sozusagen einen Übergang oder war das immer schon gleich den muss es gegeben haben aber man kann ihn nicht ganz klar fixieren also wenn man das Werk kennt was ich von mir sagen würde ich kenne es im Wesentlichen ganz gut ich kann nicht die Stelle finden das ist bei ihm immer changierend ambivalent ist auch ein Kampfbegriff Wille zur Macht das schleudert er sozusagen wie eine Fackel in die Welt Wille zur Macht ihr seid nur der Wille zur Macht ihr alle seid es nur und nichts ist außer dem Willen zur Macht und da muss man dazu sagen es gibt ja immer wieder mal die These Nietzsche sei verfälscht worden das muss ich mal am Rande erwähnen weil es ganz wichtig ist weil sonst irgendwelche Leute kommen oder auch Kommentatoren die sagen ja das ist doch alles falsch das ist doch nur Elisabeth Förster Nietzsche die sich das ausgedacht hat er hat ja nie geplant das stimmt nicht Nietzsche hat sehr wohl über Jahre hinweg immer daran gedacht sein Hauptwerk Wille zur Macht zu nennen der Wille zur Macht Versuch einer Umwertung aller Werte es gibt diese Entwürfe immer wieder bei ihm nur kurz vor seinem Geist Zusammenbruch plötzlich ändert sich das dann ist die Umwertung aller Werte seine Schrift der Antichrist plötzlich ist die ganze Umwertung aller Werte nur noch die Schrift der Antichrist aber er hat trotzdem dieses Werk geplant das war ein naturphilosophischer Entwurf mit allem was da was da zugehört da hat also der Peter Gast der Freund Nietzsches Heinrich Köselitz der konnte ja das Gekritzel Nietzsches entziffern das was er da aufgeschrieben hat stimmt auch wenn die Elisabeth Förster da auch rumgetrickst hat zum Teil auch ihr eigenes Machtspiel mitgespielt hat aber in der Tiefe hat sie da nichts verändert das ist wirklich so Nietzsche der Wille zur Macht ist für ihn ein zentrales Prinzip mit der ganzen Ambivalenz und er hat wirklich dieses Buch so geplant obwohl in neueren Ausgaben taucht es nicht mehr auf weil die Italiener Montinari und Colli die haben ja nun auch alle seit den 60er Jahren alle Schriften durchgeforstet und die meinen das ist alles verfälscht worden das ist aber das stimmt so nicht also der Wille zur Macht ist ja auch erstmal auch ein Vorwurf an den Priester an sich der so tut als wäre hätte er nur das Gute und hätte nur die anderen im Sinn aber auf eine perfide Art und Weise hinterrücks eigentlich herrschen möchte über alle anderen und es ist nochmal wichtig dass man das herausstellt dass der Wille zur Macht nicht einfach bloß gegen das Gute einer Tugendordnung zu Fälle gebracht wird sondern in der Tugendordnung selber herrscht für ihn nur ein kleinliches und mieses dominieren von im Grunde lebensbejahenden Impulsen die ein Mensch in sich hat das wird alles niedergemacht damit der Priester herrschen kann sagt er oft genau und das ist die Sache also es geht ihm auch um einen emanzipatorischen Impuls von einer Priesterherrschaft ja ist auch so bei ihm Nietzsche also in den 1968 ja nehme ich jetzt mal springe ich jetzt mal da kurz rein die haben ja alle Nietzsche nicht gelesen für sie war ja Präfaschist war ja klar musste man ja nicht lesen war ja selbstverständlich obwohl sie keine Zeile gelesen hatten aber da war ja doch ist ja auch etwas aufgekommen eine Psychologisierung auch im Privaten eine Überpsychologisierung das Hinterfragen du meinst doch eigentlich das du sagst das aber eigentlich meinst du was anderes das hat Nietzsche erfunden Nietzsche hat die Hinterfragungspsychologie erfunden und auf die Spitze getrieben er ist der Erfinder dieser Art von Psychologisierung das ist so meine Freundheit hat mal gesagt ohne Nietzsche gäbe es gar keine Psychoanalyse das ist auch so Nietzsche hat alle wesentlichen Impulse im 20. Jahrhundert vorweggenommen auch diesen die Überpsychologisierung das heißt die Zurückführung der angeblich großen Ideen auf ganz kleine persönliche Dinge zum Beispiel gemein eigentlich seinem früheren Lehrer Schopenhauer gegenüber die Welt als Wille und Vorstellung sagt Nietzsche ins kleine schopenhauerische übersetzt die Welt als Geschlechtstrieb und Beschaulichkeit ganz klein gemacht starker Geschlechtstrieb hat auch gleich das Bedürfnis nach dem ruhigen Schauen der Dinge und das hat ihn immer zerfetzt irgendwie der Gegensatz also hat er daraus seine Philosophie gemacht kann man sagen billig kann man sagen vielleicht ein bisschen sehr billig gesagt aber es gibt da so das ist eine diese Entlarvungspsychologie die hat bis in die Gegend hat ja Furore feiert ja große Triumphe bis heute aber wer glaubt den anderen immer entlarven zu müssen weil er ja sowieso weiß was hinter ihm steht der ist ja ohnehin der auch die politischen Lager und so weiter diese Entlarvungspsychologie hat Nietzsche erfunden und da hast du vollkommen recht er verwendet sie auch für die Priester und überhaupt für alle die irgendwas verneinen weil sie letztlich bejahen ja auch er sagt man kann überhaupt nur bejahen wirklich verneinen kann man gar nicht man muss eigentlich bejahen es gibt in dem Sinne gar keine Verneinung weil auch die Verneinung ist letztlich eine Bejahung für eine bestimmte Art von Mensch ich verneine weil ich Macht ausüben will eines Gedankens oder ein Wert soll Macht bekommen richtig ein Wert soll Macht bekommen oder der Mensch selber möchte die Macht haben man demontiert den anderen weil man selbst sich für so toll hält man ist besser man ist intelligenter man ist klüger macht den anderen fertig indem man dann ihm versucht nahe zu bringen deine ganzen Scheingedanken oder Halbgedanken sind eigentlich nur dein einziger Machtwille du willst nur deine kleine Erbärmlichkeit aufwerten das hat Nietzsche alles erfunden diese Dinge vorher gab es das überhaupt gar nicht es gab es ansatzweise bei Heinrich Heine den er ja auch sehr schätzt ansatzweise bei Lichtenberg es gab schon einen Ansatz aber Nietzsche hat es perfektioniert auch monströs übersteigert muss man sagen wie kommt nun in diese Bejahungsphilosophie die ewige Wiederkunft hinein wozu dieser Gedanke was soll das überhaupt und wie kommt er darauf warum braucht er das ja das ist ein ganz merkwürdiger Punkt also diese diese ewige Wiederkunft ist bei Nietzsche einfach ein etwas ganz seltsames das muss man dazu sagen wie kommt er überhaupt darauf er kannte diese Idee aus der Antike die Vorstellung dass sich die Dinge in einem großen zyklischen Geschehen wieder auf den Ausgangspunkt zu bewegen dass alles wiederkehrt Konstellationen ist in der historischen Philosophie gedacht worden und auch sonst in der Antike gedacht worden das gab es auch im Sinne des großen platonischen Jahres die Dinge kehren wieder und irgendwann ist alles wieder genauso wie vorher wir Menschen sind ja insofern was die Zeit betrifft immer doppelt orientiert wir sind an dem linearen orientiert und an dem zyklischen der Frühling dieses Jahres ist irgendwie der Frühling des letzten Jahres und des vorletzten Jahres und trotzdem werden wir älter es ist einerseits ist der Zyklus es dreht sich auf der anderen Seite geht es aber doch linear die Jahre werden addiert gnadenlos geht es voran man marschiert voran sozusagen also beides man kann natürlich sagen wie kommt Nietzsche eigentlich auf diesen Gedanken denn er zunächst übrigens als ganz junger Mann einmal in einem Avorismus aufgreift und dann ablehnt so wie kommt er darauf da muss ich nochmal anknüpfen an das was ich vorhin gesagt habe wenn man etwas bejaht verweile doch du bist so schön für einen Augenblick dann sagt Nietzsche hat man alles bejaht was zu diesem Augenblick geführt hat weil wenn man etwas rausschnitte irgendein Element vorher ein Erlebnis vorher eine biografische Besonderheit vorher dann würde der Augenblick nicht so sein wie er eben ist also rein logisch stimmt es ja auch man muss wenn man bejaht alles bejahen wenn ich eine Phase in meiner Biografie absolut bejahe dann kann ich zwar die anderen Phasen meiner Biografie verneinen aber faktisch bejahe ich es ja doch weil ich bin ja dann so geworden weil ich diesen Augenblick erlebt habe es ist ja sozusagen eine Kausalkette aber das lehnt er auch ab die Kausalität lehnt Nietzsche auch ab so einer der großen Gegner des Kausalgedankens wie schon David Hume und anderen also das ist jetzt aber ein eigenes Feld für sich also Nietzsche ist ein verkündet das habe ich auch schon gesagt die absolute Zeit das meint er nicht im Sinne Newtons Zeit als absolutes werden im absoluten werden kann die Kraft nie ruhen absolute Zeit der Mensch begreift nicht dass die Zeit absolut ist so und jetzt kommt er überlegt er wie diese Bejahung sich sozusagen philosophisch begründen ließe und das tut er auch erst mal vorgestellt wird ja diese Lehre im Zarathustra ich lese mal kurz einen Teil dieser Passage vor die ist ziemlich lang aber man kann sie mal zur Kenntnis geben den Anfang wo zum ersten Mal diese ewige Wiederkehr angeführt wird wenn man zunächst man gibt ja auch Überlegungen es gibt ja in verschiedenen religiösen Zusammenhängen die Vorstellung dass alles immer wiederkehrt ja dass man da aussteigen müsste auch im Buddhismus aber bei Nietzsche ist vollkommen anders konzipiert weil alles kehrt ja buchstäblich so immer wieder alles so wie wir hier sitzen wird es immer wieder wenn wir immer wieder so sitzen bis in alle ewigkeit es ist der augenblick ist dann immer auch die ewigkeit in diesem sinne kann man auch als albtraum bezeichnet absurden gedanken also sarathustra so dritter teil ich lese mal diese anderthalb seiten vor oder zwei seiten da kommt eben viel raus von der was ich gesagt habe die bejahung als überwindung der krankheit ja ich mache das aus dem willen zur bejahung meine philosophie düster ging ich einst durch leichenfarbene dämmerung sarathustra düster und hart mit gepressten lippen nicht nur eine sonne war mir untergegangen ein pfad der trotzig durch geroll stieg ein boshafter einsamer dem nicht kraut nicht strauch mir zusprach ein bergpfad knirschte unter dem trotz meines fußes stumm über höhnischem geklirr von kieseln schreitend den stein zertretend den gleiten ließ also zwang mein fuß sich aufwärts aufwärts dem geist zum trotz den abwärts zog abgrundwärts zog dem geist der schwere meinem teufel und erzfeind aufwärts obwohl er auf mir saß der geist halb zwerg halb maulwurf lahm lähmend blei durch mein ohr blei tropfen gedanken in mein hirn träufelnd o zarathustra raunt er höhnisch silb und silbe du stein der weisheit du warfst dich hoch aber jeder geworfene stein muss fallen o zarathustra du stein der weisheit du schleuder stein du stern zertrümmerer dich selber warfst du hoch aber jeder geworfene stein muss fallen verurteilt du dir selber und sah deiner eigenen steinigung o zarathustra weit warfst du ja den stein aber auf dich wird er zurück fallen drauf schwieg der zwerg und das werte lange sein schweigen aber drückte mich und solchermaßen zu zweien ist man wahrlich einsamer als zu einem ich stieg ich träumte ich dachte aber alles drückte mich einem kranken gleich glich ich den seine schlimme marter müde macht und den wieder ein schlimmerer traum aus dem einschlafen weckt aber es gibt etwas in mir das ich mut heiße das schlug bisher jeden unmut tot dieser mut hieß mich endlich stillestehen und sprachen zwerg du oder ich mut nämlich ist der beste totschläger mut welcher angreift denn jedem angriff ist klingendes spiel der mensch aber ist das mutigste tier damit überwand er jedes tier der mut schlägt auch den schwindel tot an abgründen und wo stünde der mensch nicht an abgründen es sehen nicht selber abgründe sehen mut ist der beste totschläger mut der angreift der schlägt auch den tot tot denn er spricht war das das leben wohl an noch einmal halt zwerg sprach ich ich oder du ich aber bin der stärkere von uns beiden du kennst meinen abgründlichen gedanken nicht den könntest du nicht ertragen da geschah was mich leichter machte denn der zwerg sprang mir von der schulter der neugierige und er hockte sich auf einen stein vor mich hin es war aber gerade da ein tor weg wo wir hielten sieh diesen tor weg zwerg sprach ich weiter der hat zwei gesichter zwei wege kommen hier zusammen die ging noch niemand zu ende diese lange gasse zurück die wehrt eine ewigkeit und jene lange gasse hinaus das ist eine andere ewigkeit sie widersprechen sich diese Wege sie stoßen sich gerade vor den kopf und hier an diesem torweg ist es wo sie zusammenkommen der name des torwegs steht oben geschrieben augenblick das jetzt und wer einen von ihnen weiter ginge und immer weiter und immer ferner glaubst du zwerg dass diese wege sich ewig widersprechen also in die zukunft in die vergangenheit alles gerade lügt murmelte verächtlich der zwerg alle wahrheit ist krumm die zeit selber ist ein kreis du geister schwere sprach ich zirnen mach es dir nicht zu leicht oder ich lasse dich hocken wo du hockst lahmfuß und ich trug dich hoch sie sprach ich weiter diesen augenblick von diesem torweg augenblick läuft eine lange gasse rückwärts hinter uns liegt eine ewigkeit ist ja so muss nicht was laufen kann von allen dingen schon einmal diese gasse gelaufen sein muss nicht was geschehen kann von allen dingen schon einmal geschehen getan vorüber gelaufen sein und wenn alles schon da gewesen ist was hältst du zwerg von diesem augenblick muss auch dieser torweg nicht schon da gewesen sein und sind solchermaßen fest alle dinge verknotet dass dieser augenblick alle kommenden dinge nach sich zieht also sich selber noch denn was laufen kann von allen dingen auch in dieser langen gasse hinaus muss es einmal noch laufen und diese langsame spinne die monschein kriecht und dieser monschein selbst und ich und du am torweg zusammen flüstern von ewigen dingen flüstern müssen wir nicht alle schon da gewesen sein und wiederkommen und in einer anderen gasse laufen hinaus vor uns in dieser langen schauigen gasse müssen wir nicht ewig wiederkommen also redete ich und immer leiser denn ich fürchtete mich vor meinen eigenen Gedanken und Hintergedanken dann kommt diese berühmte Stelle mit dem Hirten und der Schlange im Mund wo er den Kopf abzubeißen also das ist jetzt in schönen literarischen Bildern die Idee dass wir jeder Augenblick der Existenz ist getragen von zwei Ewigkeiten von der Vergangenheit und von der Zukunft und Nietzsche glaubt nun dass die Gesamtkraft die Gesamtenergie der Gesamtwille dass der endlich ist und dass diese endlichen Kraft alle Konstellationen die möglich sind durchlaufen werden und dass diese Konstellationen endlich sind kann man natürlich sagen das habe ich schon keck kann man sagen als 18 jähriger als ich das zum ersten mal las will ich nie vergessen in meinem studierzimmer als student gedacht das stimmt gar nicht weil die Konstellationen sind ewig andere das wiederholt sich gar nicht oder doch oder nur ähnliches oder nur ähnliches das aber was anderes Nietzsche meint ja absolut identisch weil die Verknüpfung der Dinge unlösbar und unaufhebbar dazu führt dass man immer wieder an demselben punkt landet insofern einmal sagt Nietzsche benutze plötzlich das wort wiedergeburt denk nur nicht dass du lange zeit brauchst für deine wiedergeburt sondern das geht ein fingerschnipsen weil alles geht ganz schnell weil die zeit ist ja weg in dem moment du hast ja nur diesen einen augenblick und kommst immer wieder als derselbe kann man sagen ist es nicht die dachte ich auch damals ist es nicht der Albtraum pur die verdammnis pur kann man sagen der lösungssüchtige wie immer die würden das doch als Albtraum empfinden du wirst ewig wiederkehren du musst immer wieder das gleiche durchlaufen du wirst nicht mal ein anderer du kommst nicht voran weil du bist ja immer wieder das gleiche du läufst unermüdlich im Hamsterrad der Ewigkeit und wenn sich alles genau gleich wiederholt dann wären wir wieder bei einem Begriff des Seins und bei etwas statischem und dann wäre im Prinzip das Werden aufgehoben richtig Nietzsche sagt ja die eigentliche das ist ja die verrücktheit dass Nietzsche dann plötzlich den Gedanken des absoluten anführt das absolute werden sagt er immer wieder was wir nicht begreifen im Raum aber sagt er es ist er endlich der Raum ist sozusagen ein kompaktes Stück sein im ewigen werden im ewigen nichts oder eben im Sinn Giordano Brunus in einer unendlichen Welt die immer wieder neu und anders ist dann hebt sich das auf das wusste Nietzsche die wie wieder kommt hebt sich auf wenn man von der Unendlichkeit ausgeht also ist es ein absurder Gedanke der Gedanke ist viel ventiliert worden Naturwissenschaftler haben sich damit beschäftigt ist es absurd oder nicht absurd das ist ganz schwer zu sagen er sah darin einen extremen Bejahungsgedanken ich bejahe alles alles bejahe ich ich will überhaupt nicht verneinen auch alles furchtbare bejahe ich und dann muss ich eigentlich alles bejahen und das verbindet er dann wieder mit dem Begriff Dionysos Dionysos ist der der alles bejaht auch das furchtbare nicht das ist ja dann so obwohl natürlich jeder lebendige mensch und auch jeder gesund lebendige mensch mit seinem bejahenden lebenswillen angenehme situationen aufsucht und meidet und so weiter der sozusagen gar nicht nur bejahend umgeht mit allem schrecklichen sondern im Idealfall weise nämlich präventiv und nicht in diese Richtung gehend und so weiter ja ist natürlich klar jeder elementare Instinkt im Menschen ist ja so gebaut dass er nicht unbedingt das leid herbeiruft und will aber Nietzsche das muss man vielleicht noch dazu sagen war ja ein Mensch wie wir schon angedeutet haben der extrem gelitten hat extreme schmerzen durchleidet hat durchlitten hat also trotzdem ist es natürlich nicht ein unbedingtes aufsuchen des leides aber es ist auch was wahres dran wenn Menschen auch nur auf eine biografie bezogen wenn Menschen erzählen gerne von ihrer biografie jeder hat seine privatmythologie die er gerne ausbreitet und die anderen möchten sie auch so sehen wie er es sieht also die privatmythologie die jeder irgendwie in sich hat da gibt es gerne jeder hat so eine erzählung ein narrativ über sich selbst so dann gibt es ja immer die phasen die irgendwie schlimm oder schwierig waren die möchte gerne rausschneiden auch wenn ja da hätte ich anders handeln müssen wenn ich diesem impuls nicht gefolgt wäre wäre mein leben ganz anders ich wäre heute reich und schön jetzt bin ich arm und hässlich oder so diese Vorstellung hat ja das ist die das ist die verkettung der dinge das muss man einfach wissen man kann natürlich auch etwas rausschneiden aus sich aus seinem man kann seine biografie zurechtfrisieren diese phasen darf es nicht geben davon darf niemand wissen die verschweige ich trotzdem ist ja das ganze ein großer zusammenhang und bei Nietzsche ist es ganz deutlich er sagt er ist einfach krank geworden dadurch dass er gymnasiallehrer war und universitätslehrer und dass er in solchen düsteren orten wie naumburg und basel und so weiter leben musste er hat überhaupt erst entdeckt was leben ist also das engardin entdeckt hat endlich oder italien auch seine ganze deutschen verachtung häufig wenn ich mir eine art von mensch vorstelle die allen meinen instinkten zuwiderläuft wird immerhin deutscher draus berühmter satz Nietzsches ja also die italien südfrankreich ja das ist er kokettiert ja mit all diesen dingen hier in deutschland kann man ja gar nicht leben gut kann man drüber reden ob das so ist ja auf jeden fall ist es ein gedanke der absoluten bejahung die bejahung des absoluten werden der dinge der absoluten zeit ist das möglich oder ist es nur eine attitüde das da habe ich mich oft gefragt ist es nicht einfach nur eine ekstatische attitüde die letztendlich sich auflöst wenn man sie näher und schärfer betrachtet vor allem wenn man die endlichkeit mit rein zieht ein absolutes werden innerhalb einer endlichkeit eine sich kreisende vorstellung finde ich nicht sehr kongruent mit dem gedanken eines wirklichen werdens also einer wirklichen lebendigkeit da ist die lebendigkeit dann wieder raus man hat was dann ist ja wieder das verrückte ist ja auch mit Nietzsche der lehnt das sein ab der nennst der mensch fingiert das sein er fingiert das bleibende auch seine begriffe sind alles fiktionen ja aber letztendlich kommt ja damit wieder das sein rein denn wenn das ewig wieder kreist dann steht es ja quasi nunstanz der augenblick steht dann ist ja sozusagen bis du ja im augenblick fest gezort da kommst ja nie mehr raus du bist dann im sein fest gemauert und es ist der pure Albtraum jetzt hat sich Nietzsche mit dem Zarathustra Impuls vom August 1881 als eine und bringt er da ein Heil hat er das von sich gedacht dass er ein Heil bringt und wenn ja welches Heil bringt er wenn man das nochmal bündeln kann also das ist er hat ja eine Grundintuition gehabt man kann auch sagen Inspiration einer Erleuchtungserlebens in Anführungszeichen wer da am Silberplan den See entlang läuft und sieht diesen pyramidalen Block der denkt daran und prübelt darüber nach was ist das eigentlich und Nietzsche hat das will ich doch gerne nochmal zu Gehör bringen hat eine Passage im Exe Homo wo ja schon der Größenwahn Triumph feiert aber eine wunderbare Passage über diese Inspiration aufgeschrieben die er damals hatte im August 1881 er hat das Buch den ersten Teil Zeratustra dann viel später geschrieben und hat ja immer herausgehoben dass der erste Teil genau an dem Tag fertig wurde er sagt die in der heiligen Stunde in der Richard Wagner starb plötzlich kommt so eine sakrale Stunde nämlich am 13 Februar 1883 Richard Wagner im Palazzo Vendramin was schreibt er man weiß was Wagner geschrieben hat bevor der Strich entglitten ist er hat nicht komponiert er hat geschrieben er war nämlich an einer Abhandlung gerade über das weibliche im menschlichen die Emanzipation des Weibes vollzieht sich nur an ekstatischen Zuckungen Liebe Tragik und dann bricht er ab und dann ist er tot eigenartig Wagner der interessant wie ausgedacht sozusagen wie ein theatralischer Akzent der kaum zu überbieten ist nicht ja das ist sozusagen wie eine Theaterszene aber so ist es gewesen ja und Liebe Tragik so und dieses war für Nietzsche hat sich als er von Wagner abgewendet war doch immer wieder gesagt letztendlich dürft ihr anderen Wagner gar nicht kritisieren ihr könnt ihn erst kritisieren wenn ihr ihn verstanden habt ihr seid viel zu mickrig und klein dafür überhaupt ein wort über ihn zu verlieren er liebte ihn nach wie vor also der Zeratustra wurde fertig in der heiligen Stunde als Richard Wagner starb am 13 Februar 1883 jetzt kommt diese berühmte stelle die ich wirklich grandios finde das muss ich einfach mal sagen ich habe sie mal in einem essay über über phänomenologie der anderswelt erfahrungen zitiert sie ist auch phänomenologisch einzigartig weil sie beschreibt ganz genau was passiert im leib die schließt ja auch ein matador des leibes er sagt das ich vergisst das ich dein ich ist der leib das ist nicht nur der körper also eine tolle stelle die einfach ich finde sie gehört zu den schönsten stellen der der deutschen sprache überhaupt finde ich hat jemand ende des 19 jahrhunderts ein deutlichen begriff davon was dichter starker zeitalter inspiration nannten im anderen falle will ich es beschreiben mit dem geringsten rest von aber glauben in sich würde man in der tat die vorstellung bloß inkarnation bloß mundstück bloß medium übermächtiger gewalt zu sein kaum abzuweisen wissen der begriff offenbarung in dem sinn dass plötzlich mit unsäglicher sicherheit und feinheit etwas sichtbar hörbar wird etwas das einen im tiefsten erschüttert und umwirft beschreibt einfach den tatbestand er bezieht sich auf das erlebnis im august 1881 inselz maria man hört man sucht nicht man nimmt man fragt nicht wer da gibt wie ein blitz leuchtet ein gedanke auf mit notwendigkeit in der form ohne zögern ich habe nie eine wahl gehabt eine entzückung deren ungeheure spannung sich mitunter ein tränenstrom auslöst wird er der schritt unwillkürlich bald stürmt bald langsam wird ein vollkommenes außer sich sein mit dem distinktesten bewusstsein einer unzahl feiner schauder und über rieselungen bis in die fußzehen eine glückstiefe in der das schmerzlichste und düsterste nicht als gegensatz wirkt sondern als bedingt als herausgefordert sondern als eine notwendige farbe innerhalb eines solchen licht überflusses ein instinkt rhythmischer verhältnisse der weitere räume von formen überspannt die länge das bedürfnis nach einem weit gespannen rhythmus ist beinahe das maß für die gewalt der inspiration einer ausgleich gegen den druck und spannung alles geschieht im höchsten gerade unfreiwillig aber wie in einem sturm von freiheitsgefühl von unbedingten zahlen von macht von göttlichkeit die unfreiwilligkeit des bildes des gleichnisses ist das merkwürdigste man hat keinen begriff mehr was bild was gleichnis ist alles bietet sich als der nächste der richtigste der einfachste ausdruck es scheint wirklich um einen wort zartustras zu erinnern als ob die dinge selber herankämen und sich zum gleichnisse erbüten dies ist meine erfahrung von inspiration jetzt ich zweifle nicht dass man jahrtausende zurückgehen muss um jemanden zu finden der mir sagen darf es ist auch die meine kann man sagen schade dass diese wunderbare stelle am ende dann doch in dieser maßlosigkeit ausläuft in die maßlosigkeit ausläuft jahrtausende müsste man zurückgehen aber es ist eine wunderbare stelle dass der auch der spirituelle aspekt bei nietzsche wenn man das so nennen will viele haben sie auch so gesehen dass er sozusagen ein ein ekstatisches erläutungserlebnis hat wenn man es so nennen will wobei ihm dieser gedanken sind der ganze gedanke der ewigen wiederkunft zu bewusstsein gekommen sei und da hat er diese vier teile habe ich schon gesagt immer in wenigen tagen niedergeschrieben also was ist das was hat er da erlebt da wurde eins zu zwei und zaratustra ginge mir vorbei es gibt ja überlegen antroposophen und der hätte wirklich zaratustra sozusagen wahrgenommen verschiedene überlegungen was hat er da wahrgenommen welche intuition hat ihn überfallen wer hat ihn da sozusagen kontaktiert oder wen hat er kontaktiert und was ist das für ein doch sprachlich erschütternd beschriebenes erlebnis denn wenn man das jetzt im einzelnen durchbuchstabiert sind es ganz genau präzise aussagen über ein ekstatisches erlebnis dieser art dies ist oft die erlebnis die es oft gibt und die auch oft beschrieben worden sind so einzig ist es einzigart ist es gar nicht aber im späten 19 jahrhundert war es jeden fall ein unikum also das interessante an nietzsche ist dass er nicht nur die die priester und dergleichen angegriffen hat sondern auch selbst ein bisschen einblick gewonnen hat in das thema prophetie an sich dass also er selbst eine anflutung einer anflutung ausgesetzt war die einen botschafts charakter hatte der sich auch verkünden wollte an die menschheit und das heil was er da bringen wollte das heil um das es ihnen ging um ihn ging kannst du da noch mal ein eine ja einen ein etwas umrunden ist und etwas zu sagen ja das kann ich noch mal sagen mitsche führt ja ist ja auch ein matador der großen begriffe nicht nur der zynischen begriffe der formeln auch der großen begriffe einer dieser großen begriffe ist der große mittag der große mittag kleines aperçu was heiteres als ich in der noch ddr ein nietzsche vortrag gehalten habe habe vom großen mittag gesprochen lachten das waren universitätsprofessoren philosophen ich sollte das vorstellen ich war dazu gebeten und da wurde gelacht und da hat mir dann einer gesagt sie müssen verstehen jeder denkt an günther mittag in der ddr das wissen vielleicht viele gar nicht mehr günther mittag in der ddr war eine machtvolle person ich weiß gar nicht genau was der war war der wirtschaftsminister oder irgendwas auf jeden fall der wurde gelacht und dann war die ernte auch wieder hin aber ich habe mitgelacht ich wusste es gar nicht tut mir leid dass sie daran so denken also der große mittag so endet ja der zarathustra in einem ekstatischen ruf herauf nun herauf du großer mittag ja großer mittag ist ja auch diese die lichtfülle des mittags die kann ja überwältigend sein wer bei den tropen war der weiß ja dass die lichtfülle am mittag eine eine intensität haben kann die einfach aus den angeln hebt sozusagen die kaum noch auszuhalten ist also die lichtfülle am mittag und der große mittag ist der augenblick äußerste aufhellung in diesem sinne erleuchtung für die menschheit und das meint er ja dass letztendlich dieses dieses aufwachen auf die ganze menschheit bezogen werden soll er fühlt sich ja auch dann als prophet quasi er sagt katastrophen kommen riesige kriege stimmt ja alles in die dies muss wird sich fortführen aber irgendwann wird die menschheit begreifen dass sie ein ganzes ist und dann wird sie begreifen was zu tun wäre und da meint er hätte er wichtig gedanken beizusteuern da heißt nämlich im exerome nochmal das ist deine frage auch seine aufgabe was wollte nietzsche meine aufgabe sagt nietzsche ein augenblick höchster selbstbesinnung der menschheit vorzubereiten einen großen mittag wo sie zurückschaut und hinausschaut wo sie aus der herrschaft des zufalls und der priester heraustritt und die frage des warum des wozu zum ersten male als ganzes stellt diese aufgabe folgt mit notwendigkeit aus der einsicht dass die menschheit nicht von selber auf dem rechten wege ist dass sie durchaus nicht göttlich regiert wird dass vielmehr gerade unter ihren heiligsten wertbegriffen der instinkt der verneinung der verderbnis der dekadanst instinkt verführerisch gewaltet hat die frage nach der herkunft der moralischen werte ist deshalb für mich eine frage ersten ranges weil sie die zukunft der menschheit bedingt die forderung man solle glauben dass alles im grunde in den besten händen ist dass ein buch wie die bibel eine endgültige beruhigung über die göttliche lenkung und weiß und im geschick der menschheit gibt ist zurück übersetzt in die realität dass die menschheit bisher in den schlechtesten händen war dass sie von den schlecht weggekommenen den arglistigen den sogenannten heiligen diesen weltverleumten menschenschändern regiert worden ist und so weiter auch von den philosophen sagte dann die auch nur alle versteckte priester waren also die sozusagen diese auch hier eine ekstatische vorstellung nietzsche war auch ein großer prognostiker muss man nochmal sagen der hat also vieles vorausgesehen was wirklich passiert ist und dass er dann irgendwann meinte er müsste die menschheit zwar sie zur besinnung kommen und begreifen das in einem wie einen blitzschlag der einsicht man fragt sich wie soll das möglich sein nachdem was wir über den menschen wissen oder vermuten kommt einem das merkwürdig vor aber so hat er das gedacht letztlich etwas ein kosmisches geschehen das die ganze ganze menschheit ergreift das irgendwann dann noch etwas retten und richten könnte und wo die menschheit begreift was eigentlich der mensch in der tiefe ist und auch der über mensch der dann entsteht nicht der gewalt und macht mensch aber da können wir auch gerne noch eingehen auf die wirkungsgeschichte weil es ja auch interessant ist wie diese dinge gewirkt haben ich habe ja in diesem buch hier vor vielen jahren nietzsche hitler und die deutschen den versuch gemacht sag ich mal zu zeigen auch wie man nietzsche auch betrachten kann und wie er auch betrachtet worden ist also über mensch hier in diesem fall als vielleicht gegenbegriff zum allzu mensch ja genau das allzu mensch zum kleinen der zum hässlichsten menschen wie ihn auch nennt im zarathustra genau also nietzsche war zu lebzeiten ganz kurz gesagt kaum bekannt nur im geringsten wagner umfeld im kleinen wagner umfeld war bekannt hatte einige briefwechsel die waren interessant so zum beispiel mit august strindberg sehr interessant der auch ähnlich aufgepeitscht war in dem moment beide ziehen sich da richtig hoch wenn ihr im brief ganz verrückter briefwechsel der beiden in dieser phase auch von strindberg also nietzsche war kaum bekannt dann kam dieser zusammenbruch ich sage nochmal wie das genau passierte weiß keiner ob das wirklich eine weiter eine nicht aus korrekte syphilis war ist nicht sicher es wird auch behauptet nichts ist bewiesen man weiß es nicht letztlich kann man sagen es ist unbekannt man weiß nur man kann es beobachten das gehört zur wirkungsgeschichte der wahnsinn ist teil der wirkungsgeschichte weil nietzsche mit seinem 44 40 geburtstag 1888 am 15 oktober wo der 44 sagen manche da sei es gekippt da fängt er nämlich dann an exe homo zu schreiben und dann ist alles nur noch bei ihnen glanz und licht und alle sozusagen erlebt wie in einem trance zustand wie einer spüren in einer starken droge er dann im anfang januar 1889 dann ein pferd umarmt was ein kutscher geschlagen hat und dann weinend zusammenbricht und dann episteln alle welt schickt unter anderem jakob burka der alarmiert ist und dann ein nietzsche freund benachrichtigt weil dann sein satz auskommt nachdem der alte mensch auf gott aufgehört die welt zu regieren werde ich nun die welt regieren und jakob burka ging mit diesem zettel dann auch zu overbeck und so weiter und hat dann alle alarm geschlagen und dann hat man ihn irgendwie mit mühe dann erstmal abgeholt und und so weiter also was letztlich der grund dieses wahnsinns war dieser geistige umnachtung wissen wir nicht es ist einfach spekulation und er ist dann in die klinik eingewiesen worden später seine mutter gepflegt dann seine schwester nach dem tod der mutter 1897 dann in weimar in dem in der villas überblick die es ja heute noch gibt so der rom nietzsche begann während er als geisteskranker sage ich mal dahin dämmerte plötzlich wurde er berühmt und zwar auch spirituell oder steiner hat ihn dann besucht den kranken nietzsche es gab extatiker die wollten nietzsche durch irgendwelche wilden tänze sozusagen aufwecken es kam der verdacht auf der ist gar nicht geisteskrank das ist ja immer bei schwierigen situationen so das hat man auch bei schumann gedacht ja der schumann ist gar nicht geisteskrank der ist nur schwer melancholisch und niedergedrückt den könnte man ruhig ansprechen und auch bei höllerlin ganz schwierig ist das ähnlich bei nietzsche ja und nein also wer mit der mühe sich unterzieht diesen wahnsinn genauer zu untersuchen wenn man das aushält das kann man nur häppchenweise es gibt ein buch darüber an der kleto das ist erschütternd aber letztendlich wissen wir nicht warum wie es dazu gekommen ist aber nietzsche wurde plötzlich berühmt da ist ein geisteskranker der irgendwie extremen dinge von sich gibt plötzlich interessierte man sich für ihn was hat er eigentlich geschrieben dann kam so eine gewisse erste nietzsche welle und dann extrem im 20 jahrhundert plötzlich in kurzen in kurzer zeit in wenigen jahren wurde nietzsche weltberühmt er wurde hat einen einfluss gehabt plötzlich der war phänomenal aus dem völlig unbekannten einsamen denker wurde ein anreger für alle fast alle wichtigen geistesströmungen die es gab nietzsche wurde abgöttisch verehrt zum teil aber auch natürlich verflucht ist ja klar die ganze linke szene die er verspottete hat ihn immer als immer scharf abgelehnt in die ganze linke bewegung berühmtes beispiel das buch von lukacs über nietzsche als irrationalist hat ihn immer abgelehnt in der ddr war er im ostblock überhaupt war er gehört er in gift schrank wenn man nicht schließen wollte musste man die gift schränke öffnen es war schwierig überhaupt an die texte ranzukommen also er wurde total abgelehnt er war der präfaschist und die linken haben immer ohne nietzsche groß zu lesen ihn als präfaschisten hingestellt nun hat er vieles angeregt ich habe die psychoanalyse erwähnt das hat ja auch freud selbst zugegeben die demontierung des subjekt begriffs die ganze psychologisierung dann auch die energetisierung des materiebegriffs und die dann kam natürlich früh auch nationalisten und antisemiten und sektierer die auch nietzsche interessant fanden und da kam er früh in so ein fahrwasser weil es in dem sommer in den 20 jahren so eine strömung gab auch bis in die frühen 30 jahre hinein stefan georgers und beispiele viele andere auch die alle nietzsche fans waren sag ich mal so eine ekstatische erwartung es müsste jetzt jemand kommen die ganze trübsal der gegenwart müsste überwunden werden irgendwann kommt dann der der erlösende mensch und irgendwie schien nietzsche das mit anzudeuten das ist dann der führer war adolf hitler das ist eine andere frage aber da hat natürlich die schwester nietzsche auch eine unselige rolle gespielt denn sie war glühende nationalsozialistin sie ist ja 1935 erst gestorben im gegensatz zu cosima die 1930 gestorben ist die auch den aufstieg das noch erlebt hat aber ihn scharf ablehnte also das muss man dazu sagen dass dann früh auch nationalistische sektierer und sich seiner bedienten und zitate herausnahmen und da manche nationalsozialisten waren auch nietzscheaner aber nicht alle viele haben es auch abgelehnt im nationalsozialismus hitler selber hat nietzsche kaum gelesen er ist aber doch immerhin hat er sich durch hat er den die beerdigung von elisabeth forster nietzsche groß begehen lassen hatte nietzsche gedenkstätte errichten lassen die dann später zerbombt wurde und so weiter auf jeden fall es gab diese elemente es gibt auch eben das habe ich ja in meinem buch auch gebracht eine fülle von setzen bei nietzsche die wo einem das schauer der schauer über den rücken läuft wenn er groß experimente vorschlägt mit millionen von menschen die können auch alle untergehen das spielt keine rolle hauptsache es geht weiter es gibt solche sätze aber es gibt bei ihm natürlich auch sätze wo er zum beispiel antisemiten absolut für ihn ist das allerletzte ja und er findet auch so nationalisten nationalismen insbesondere auch deutschen nationalismus findet er auch das allerletzte er spottet darüber über nationalisten auch über die antisemiten auch über den antisemitismus seines schwagers der des ehemannes von elisabeth förster nietzsche hat er nur gespottet überhaupt über den antisemitismus aber muss man dazu sagen er favorisiert ein anderes anti judentum die juden sind für ihn die erfinder der sklavenmoral sie haben eigentlich das moralisch böse schema sozusagen dem christentum vorgeprägt das tut er schon obwohl er dann auch wieder eine ganz große verehrung hat das judentum er bewundert die 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 propheten der jüdischen propheten doch die die größten gestalten die es überhaupt der menschheit gibt sind die jüdischen propheten ambivalent bei nietzsche aber es gibt das wäre ein eigenes riesen thema ich habe das buch damals geschrieben mit einem ganz großen widerwillen weil ich davon auf überzeugt war es gibt überhaupt keine zusammenhänge mit dem nationalsozialismus ich musste dann erst mich überhaupt dazu bequemen das einzusehen dass es doch so ist es gibt doch schon sagen wir mal einzelnelemente die kann man dann rausnehmen auch diese formelhafte verkürzung auch dieses ich habe das ja alles gezeigt auch in dem buch der künstler politiker der künstler tyrann der auch hitler zu sein glaubte der sich ja selbst für einen schönen geist hielt der irgendwie in die politik geraten ist und die schaue ja auch die unmenschlichkeit da da gibt es ja sätze bei nietzsche die sind einfach grauen grauen voll nicht er der ein hoch sensibler mensch war der keiner fliege was zu leide tun konnte er geht sich dann in in fantasien von der züchtung einer neuen herrenrasse und man muss natürlich da sagen ist das überhaupt ernst zu nehmen thomas mann zum beispiel das sind ja auch interessante leute die sich dann mit ihm auch beschäftigt haben viel gesagt haben meinte das soll das ist gar nicht ernst zu nehmen bei nietzsche man würde ihn falsch interpretieren wenn man die sätze wörtlich nimmt schreibt hier thomas mann mal 1947 berühmter vortrag was er bietet ist nicht nur kunst eine kunst ist es auch ihn zu lesen und keinerlei plumpheit und geradheit ist zulässig jederlei verschlagenheit ironie reserve erforderlich bei seiner lektüre wer nietzsche eigentlich nimmt wer ihm glaubt ist verloren ja gut kann man sagen ja wie ist das ja ist das richtig also ihn gar nicht ernst nehmen auch gottfried ben dachte so etwas anders nietzsche ist nur ein funkelnder sprachkünstler er hat sich keine gedanken gemacht wie das konkret aussehen müsste es ist ein ein sind fantasien eines einsamen wobei man natürlich dazu sagen muss der ehrlichkeit halber die meisten sentenzen die ganz scharf sind sind im nachlass die er für sich selber aufgeschrieben hat kann man natürlich fragen ist es richtig diese 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 zitate die er für sich aufgeschrieben hat und er gar nicht wollte dass sie veröffentlicht werden oder sollte man sich nur an die veröffentlichten bücher halten es ist legitim oder nicht legitim ist eine andere frage und was heißt das überhaupt auch viele widersprüche aber es gibt elemente die kann man nicht leugnen ich habe ja auch versucht nietzsche als einen exemplarischen deutschen hinzustellen der kampf gegen sein deutschtum ist ja für ihn auch typisch der deutsche kämpft immer gegen sich selbst der fragt sich immer wer bin ich eigentlich als deutscher der franzose fragt es gar nicht und der engländer wie soll ich mal jetzt klischeehaft aber der deutsche grübelt immer wer ist eigentlich was ist eigentlich das deutsche und da ist nicht eben typisch dass er immer wieder es kennst du die deutschen schreibt er einmal dass bei ihnen die frage was ist eigentlich deutsch sein nie ausstirbt in diesem falle auch nietzsche hitler und die deutschen als typischer deutscher das würde ich schon sagen und da gibt es einen zusammenhang weil da ist wieder eine zusammen mit thomas mann dass in dem nationalismus auch das typisch deutsches zum ausdruck gekommen ist etwas auf eine eigenartige weise pervertiertes was eigentlich anders eingehängt war als es dann tatsächlich geschehen ist also die wirkungsgeschichte in nach 45 ist auch interessant da gab es dann sehr früh auch entlastungs bewegungen auch von juden zum beispiel von ernst bloch hans meyer adorno und anderen die den auch nietzsche intensiv gelesen haben und ihnen sozusagen entlastet quasi mit entlastet haben es ist also dieser dieses diese aura von 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 faschismus von faschistoid klebte immer an nietzsche das löste sich erst bei den intellektuellen ein bisschen auf in den 60er jahren ungefähr als ich anfing nietzsche zu lesen begann sich das zu ändern einfach der frühen 60er jahre da gibt es zum ersten mal dann auch forschung dieses mit ruhigem kopf sich betrachten einfach mal genau sich anzugucken angucken wollten und das ist zurückgegangen also die man kann natürlich sagen man kann man das ausklammern kann man heute solche begriffe überhaupt benutzen wo wir die geschichte kennen das ist schwierig wir sind ja auch nicht die richter der geschichte der heutige mensch der seine gegenwalt unneuer wichtig nimmt und denkt da kann man alles beurteilen ist ja auch nur ein kleines licht in einem historischen strom und der heute neigt man ja dazu oder haben vielleicht zeiten immer geneigt die gegenwart kolonisiert die vergangenheit ich weiß es jetzt ich bin der moralisch sauber und gute mensch kann alles beurteilen denken viele können sie gar nicht sind sie wirklich moralisch sauber was würde er nietzsche sagen zum beispiel zu dem was wir mehr und mehr ausbreiten hier als quasi post post moderne moral vorstellung der der absolutierten kränkung die die gesamte gesellschaft jetzt behandeln muss das hätte nietzsche wahrscheinlich auch scharf kritisiert und abgenehnt und als ressentiment ideologie wahrscheinlich auch genau es ist ja auch eine moralische attitüde des des modernen menschen der sich für links liberal oder grün hält eine arrogante attitüde er weiß es alles was falsch ist er weiß gar nichts weil es das ganze ist ganz anders gebaut so einfach sind die dinge einfach gar nicht und es ist einfach viel komplexer die wirklichkeit und da kann man auch viel von nietzsche lernen auch von der widersprüchlichkeit die wirklichkeit ist auch widersprüchlich sie ist sehr komplex und der feind ist nicht unbedingt derjenige der wie schon anmerkt der mit hörnern rumläuft sondern das ist anders gebaut das verhängnis ist feinsinniger gestrickt in die in die dinge wir sind in einem verhängnis zusammenhang auch aber der ist viel viel schwieriger zu durchschauen auf jeden fall die leute lesen ja auch nichts für gar nicht machen sie auch gar nicht die meisten kennen gar nichts von nietzsche die kennen den namen und agieren irgendwie mit dem namen sie wissen irgendwelche formeln und zaratustra du gehst zu frauen vergisst die peitsche nicht ja wer sagt das eine frau sagt es die frau sagt gehst du zu frauen vergisst die peitsche nicht die frau sagt es nicht zufällig das bringt nietzsche auch immer wieder der grimmigste gegner der frau ist immer die frau nicht der mann also die das sind schwierige felder die man also nietzsche wirklich gelesen also was ich so kenne auch die wenigsten haben das wirklich gründlich gelesen das ist einfach so und auch die die touristen die man in sitz maria trifft ich war ja oft in sitz maria glaubt zehnmal dass die dann irgendwie hören dann von dem kranken philosophen und dann gucken dann so und sind irgendwie auch irritiert was witzig ist eine kleine heitere episode einmal beim nietzsche felsen da wo da auch nicht bei diesen sondern anderen felsen und mensch gibt acht was ist die tiefe mitternacht was spricht die tiefe mitternacht bei den felsen standen so leute rum und guckten und grübelten so biederer bürger haben denn ich will mich jetzt nicht über den lustig machen der stand da und dann tauchte ich auf und dann sagte der zu seiner frau auch so einer hätte ich nie vergessen auch so einer ich dachte hallo herr kollege hätte ich heute gesagt wie meinen sie das damals habe ich nichts gesagt heute würde ich sagen entschuldigung darf ich fragen wie sie es meinen ich bin interessiert daran ist eine interessante aussage sie treffen wie kommen sie darauf so würde ich heute sagen damals habe ich wieso soll ich den idioten ernst nehmen ich sage kein wort gut aber das ist ja die wirkungsgeschichte ist es gibt viele auch intellektuelle die natürlich nietzsche lesen sa franzis nietzsche buch ist gut und auch slaughter day bezieht sich ganz oft auf nietzsche und viele andere sie haben jeder hat zu sein nietzsche in der tasche dann von diesen auch manchen intellektuellen aber es gibt auch große strömungen die nietzsche einfach vollkommen für unabheblich halten als ob er gar nichts zu sagen hätte und die er gegen gar nicht für den philosophen halten die der rühmeling zum beispiel seinerzeit glaube ich staatsminister für kultur oder so der war sich ja nicht zu schade in der öffentlichkeit zu sagen nicht ist doch gar nicht dem was soll man den lesen der breiter sagt doch gar nichts der hat doch gar keine klare aussage ja gut herr niederrühmeling wenn sozusagen der der name ist nicht umsonst hat nicht umsonst diese berühmtheit da ist schon allerhand drin was auch ein dem zeitgeist dienender zeitgenosse nicht weiß und was es für ihn auch gut wäre zur kennis zu nehmen das habe ich ja an was du zitiert hast aus dem essay von mir dass nicht auch verwundet so geht es mir auch immer wieder er sagt es nochmal vielleicht abschließend er verwundet auch weil er nimmt einem die selbstverständlichkeit noch weg oft genug seine festen überzeugungen macht es so geschickt dass man vielleicht hat er doch recht und weil er sagt du musst immer es gibt eine berühmte passage die ich immer gerne mal zitiere du musst immer auch den feldzug gegen deine eigenen überzeugungen führen sei denn nie zu sicher und das musst du machen das müssen deine gegner nicht machen du musst alle starken argumente der energiener schon selbst über gegen dich vorgebracht haben sei nicht zu selbstgewiss für auch den feldzug gegen deine eigenen überzeugungen und da ist er einfach brillant das ist immer gut ist immer auch eine herausforderung also nicht ist ein freund soll ich noch mal abschließen der ist ein wunderbarer freund aber auch ein schwieriger freund ein freund der einen oft ärgert und herausfordert und auch die man manchmal auch furchtbar findet mit dem man kein wort wechseln möchte aber es ist eine herausforderung die nie langweilig ist und das finde ich immer großartig viele philosophen die man aufschlägt man wenn man sie kennt und man hat viel gelesen viel zu viel hat man auch gelesen ist dann oft auch öde wenn man nach drei seiten schon weiß worum es geht aber es ist bei Nietzsche anders weil es jeder aphorismus zwirbelt ein gedanken in eine solche funkelnde brillanz dass man erstmal unglaublich das ist das wirbelt was durcheinander und verwundet auch oder man ist so fest gesettelt in seiner eigene ideologie das endes gar nichts angeht ich weiß sowieso wie es richtig ist Nietzsche lässt ihn reden wie er will kann man ja auch denken aber er macht einen immer er versetzt einen auch immer in unruhe auch jetzt im zuge der noch mal wieder des Nietzsche lesen im zuge dieser vorbereitung für dieses video ging es mir auch wieder so dass ich es richtig gepackt wurde in einigen tagen von diesen texten und mir ganz viel dazu einfiel und dachte es ist eigentlich doch fantastisch dass diese texte so existieren es wäre doch ein jammer schade für die menschheit wäre ärmer wenn es diese texte nicht gäbe es wäre wirklich traurig und die deutsche prosa wäre um einen der ganz großen autoren ärmer neben lichtenberg neben luther neben goet neben schopenhauer neben hanrich heine wenn es nicht gäbe wäre es traurig vielen dank jochen wir haben also heute gesprochen über friedrich Nietzsche den du als freund bezeichnest auch wenn wir vielleicht insgesamt festgestellt haben es ist gut noch einen zweiten freund zu haben oder dritten und vierten vielleicht auch eine freundin einfach mal für das gegen sehr wohl also auch an herr nietzsche gesagt ja und in diesem sinne haben wir betrachtet was nicht mit dem willen zur macht meint was mit dem übermenschen an gedacht ist als ein auch vielleicht das allzu menschlich überschreitendes wesen was er erlebt hat als einer der auf den berg stieg und irgendwie nicht mehr runter kam kann man sagen ja und vielleicht können wir die zuschauer hinterlassen mit einem gefühl dafür worum es gehen könnte dass da eine öffnung entsteht was worauf Nietzsche hinweisen würde auch wenn er vielleicht selber diesen weg gar nicht hat bis zu ende gehen können und in diesem sinne vielen dank liebe zuschauer und vielen dank jochen kirchhoff ja ja das hier ist das hier ist hier 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 mit hier 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 hier